Liebe Besucher, das Wochenende steht vor der Tür und wir von Schuhplus Schuhe in Übergrößen haben Ihnen natürlich auch am heutigen Freitag ein Highlight ausgesucht. Hier der Herren Halbschuh des Tages. Soweit der Halbschuh des Tages am heutigen Freitag. Dieses und tausende weitere Modelle an Herrenschuhen in Übergrößen finden Sie in unserem Webshop auf schuhplus.com und natürlich auch in unserem klassischen stationären Übergrößenfachgeschäft in Dörrferden bei Bremen. Dort präsentieren wir Ihnen auf über 900 Quadratmetern das gesamte Sortiment, welches Sie auch auf der Webseite finden. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.